In diesem Video erfährst du über die artgerechte Nahrung eines Menschen. Nahrung, die deinen Körper nicht zerstört, sondern im Gegenteil es unterstützt und regeneriert. Ich habe viele Jahre dafür gebraucht, viele Experimente an meinem Körper angestellt, mich in Biochemie vertieft, bis ich diese einfache und klare Botschaft der Natur, die auf der Oberfläche schwamm, verstanden habe. Meine Resultate und die Resultate meiner Kollegen waren phänomenal. Ich werde die Ernährungsnormen der Ernährungswissenschaftler und der Mediziner außen vor lassen, da sie bewusst oder unbewusst zum Wohl der Großkonzerne agieren und euch die Informationen unterbreiten, die der Wirtschaft zugute kommt. Zum besseren Vergleich, bevor ich zu der artgerechten Nahrung komme, möchte ich dir noch was von unserer modernen Nahrung berichten und Dinge offenbaren, die dir keiner so berichten wird. Von allen Lebewesen auf diesem Planeten konsumiert der Mensch veränderte, zubereitete und denaturierte Lebensmittel. Von allen Lebewesen auf diesem Planeten trinkt der Mensch keine reine Flüssigkeiten. Er trinkt veränderte Flüssigkeiten, sprich Kaffee, Tee, selbst Wasser wird mit Kohlensäure angereichert. Wenn du es noch gar nicht gemerkt hast, wachsen exponentiell die Krankheiten der modernen Gesellschaft und die Krebsforschung investiert eine ganze Menge Geld und Ressourcen, leider vergebens. Selbst junge Menschen wie du und ich und auch Kinder schon mit 13 erkranken an Diabetes. Die moderne Nahrung ist der Hauptverursacher dieser Epidemie und keiner wird es zugeben, es rechnen Großkonzerne, die sich hervorragend in ihrem Geschäftsmodell ergänzen. Sie verkaufen dir diese veränderte Lebensmittel. Die Medizin wiederum betäubt deine Schmerzen mit Tabletten und für äußerliche Makel sorgt schon die milliardenschwere Wellnessindustrie mit ihren Beauty- und Creme-Produkten, bis dieser Kreis sich wieder schließt. Hier ein paar Fakten und frische Statistiken, die darauf verweisen, dass mit unserer modernen Nahrung irgendwas nicht stimmt. Diese Statistiken werden dir niemals im Fernseher gezeigt. Erinnerst du dich noch an die Ebola-Geschichte, die wir vor ein paar Jahren hatten? Alle haben davon berichtet und alle rieten dazu, dass wir uns die Impfungen kaufen. Nun, hier ein paar Fakten, die man dir verschwiegen hat. An Ebola sterben 5000 Menschen pro Jahr. Das ist eine Menge. Doch im Vergleich zu was? An Krebs sterben jährlich 8 Millionen Menschen. Man macht ein Riesenereignis im Fernseher, wenn ein Flugzeug abstürzt. Das ist natürlich nicht schön und das ist eine Trauer. Doch 8 Millionen Menschen pro Jahr sterben an Krebs. Und jetzt überleg es dir. Das ist genauso, als wenn 87 vollbepackte Flugzeuge mit Menschen tagtäglich von Himmel abstürzen würden. Und das innerhalb eines Jahres. Das heißt, heute sind wiederum 87 Flugzeuge vom Himmel abgestürzt. So eine Epidemie haben wir zur Zeit. Und das ist die jährliche Statistik der erkrankten Menschen, die exponentiell vom Jahr zu Jahr wächst. Im Jahr 2000 erkrankten 10 Millionen Menschen an Krebs. Und im Jahr 2014 waren es bereits 14 Millionen Menschen Erkrankungen jährlich. Und von diesen 14 Millionen sterben 8 Millionen Menschen vom Jahr zu Jahr. Und Organe, die am meisten betroffen sind und jetzt aufgepasst. Das ist einmal die Speiseröhre, die Lunge, Brust, Magen, Dickdarm, Leber. Na klingelt es schon bei dir, warum die Speiseröhre zuerst? Da kommt die Nahrung durch. Die veränderte, modifizierte, moderne Nahrung. Und in diese Statistik ist nicht einmal Alkohol und Rauchkonsum mit einbezogen. Die betre Wahrheit ist, dass die moderne Gesellschaft nicht in der Lage sein wird, diese progressiven Krankheiten heilen zu können. Denn die Wirtschaft lebt von Kranken. Mit gesunden Menschen lässt sich kein Geld verdienen. Niemand pasteurisiert, denaturiert, aromatisiert, brät und kocht die Nahrung in der Natur. Die biochemischen Prozesse in dir haben eine ganz andere Art der Ernährung vorgesehen und können diese veränderte Nahrung gar nicht verwerten. Nicht alles ist gesund, was in den Mund kommt. Und jetzt aufgepasst, dieses Gesetz der Natur kannst du dir wortwörtlich verinnerlichen. Nur eine lebendige Zelle ist imstande, einer anderen lebendigen Zelle Leben zu spenden. Nur so und nur im lebendigen Zustand kann sie im vollen Umfang die Energie und die Baustoffe übertragen. Die Natur hat alle biochemischen Prozesse so angepasst, damit der Mensch und alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten die Energie, Nährstoffe und Bauelemente aus deren artgerechten Nahrung und in der Form, in der die Natur es von Anfang an erschaffen hat, bekommen kann. Wir dagegen braten, kochen und verfremden unsere Nahrung und kleben dann das Etikett frisch und natürlich drauf. In der Natur ist alles ausbalanciert. Sie kann jedes Problem lösen. Selbst die Biosphäre kann sie immer noch aufrecht stabil erhalten, obwohl der Mensch sie vom Jahr zu Jahr sehr stark schädigt. Schau dir diese Nährstoffkette an. Hier haben wir einmal die Sonne, eine sehr starke Energiequelle. Daraus bekommen wir eine weitere sehr starke Energie- und Nährstoffquelle, die Pflanzen. Welche Nährstoffquellen existieren noch? Da wäre einmal das Muskelgewebe, sprich Fleisch. Tiere essen nährstoffreiche Pflanzen. Ihr Organismus und ihr Fleisch hat Nährstoffe, aber nicht in der Menge, in der die Erstquelle, sprich die Pflanze, es von Anfang an hatte. Menschen können nicht Fleisch in ihrer Erstform konsumieren und das sollten sie auch nicht, denn die Natur hat das so vorgeschrieben. Sie nehmen diese Nährstoffquelle, Fleisch, braten, kochen und verändern diese, um es besser dann runter zu wirken. Auf diese Weise bekommen wir ein Produkterzeugnis mit noch weniger Nährstoffen. Hinzu kommt, dass sie diese amorphe, veränderte Masse, sprich Lebensmittel, weiterverarbeiten. Die Lebensmittel werden geröstet, gegrillt, dann auch gerne aromatisiert und pasteurisiert und zu guter Letzt konserviert. Hier sind keine Nährstoffe mehr drin, mit jedem diesen Vorgang und dieser Abstufung. Das sind leere und gesundheitsschädigende Produkte, die in der Natur und in natürlichen Umgebungen gar nicht vorkommen. Wenn irgendwas passiert, ernährt sich die Menschheit von Konservendosen. Das ist schon ziemlich peinlich und erschreckend, wie stark die Menschheit die Natur verdrängt. Auf Kosten ihrer Gesundheit und zugute dieser ganzen Krankheitsepidemien. Je einfacher die Ernährung, desto einfacher und unabhängiger ist man selbst. Nur eine lebendige Zelle ist imstande einer anderen, lebendigen Zelle Leben zu spenden. So hat das die Natur vorgesehen. Nicht dein Verstand, nicht die Werkzeuge, die dir dein Verstand gab, um leichter dich mit anderen Nährstoffquellen zu versorgen, an die du auf natürliche Weise nicht kommen kannst und auch nicht darfst, sondern die Natur. So hat sie das vorgesehen und nur in dieser Form. Diese Lebensmittel sind die Pflanzen in ihrer reinen Form und unverändert. Und wenn wir uns die Pflanzen anschauen, was haben wir da? Wir haben da auch noch Obst, vor allem Beeren. Das ist die Nahrung, die am besten für den Menschen geeignet ist. Das sind Nährstoffkonzentrate. Die Natur gab dir ein Lebenspotenzial für Jahrhunderte. Viele Menschen dagegen verbrennen ihren Lebenspotenzial allzu schnell und sterben nicht altersbedingt, sondern an Krankheiten und an Mangel. Deine Biochemie hat das nicht so vorgesehen, diese denaturierte, amorphe Masse zu verwenden, vor allem auch nicht Fleisch und auch nicht Eiweiß. Wahrscheinlich ein Schock jetzt für dich. Kein Eiweiß? Aminosäuren, das solltest du essen. In einem erstklassigen, unveränderten, lebendigen Zustand. Deine Ribosomen machen nichts anderes in der Zelle als die Eiweiß-Synthese aus Aminosäuren. Purer Eiweiß, vor allem verkochter, veränderter, ist purer Gift für deinen Körper. Dazu mache ich noch ein Video über die Biochemie des Menschen, wo ich sie dir einfach erkläre. Auch wie du deinen Körper und die Symbiose deiner Darmflora richtig auf die artgerechte Nahrung vorbereiten kannst. Er kann diese Nahrung und diese Nährstoffe nicht richtig aufnehmen, wenn er zugemüllt ist. Folglich wird man Gewicht verlieren, weil der Körper nicht richtig und vollständig entgiftet war. Das bemerkt man vor allem bei Rohköstlern, die dann zurück zu veganer Kost gehen oder sogar ganz die natürliche artgerechte Nahrung verweigern, weil sie nicht wissen und es nicht geschafft haben, die Symbiose ihrer Darmflora in Gang zu setzen. Nützliche Links packe ich noch in die Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Video nachdenklich machen und dich positiv beeinflussen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017